Jo, moin Leute, herzlich willkommen zum Darts WM-Tippspiel, zweiter Tag, die Nachmittags-Session. Los geht's. Michael Barnard gegen Josie D'Souza. 2 zu 3 für D'Souza. Dann Alan Tambern gegen Raymond Smith. 1 zu 3 für Raymond Smith. Und Paul. Nicht Josie D'Souza gegen Kevin Burnett. 3 zu 2 für Paul. Nicht Josie D'Souza. Und Jamie Lewis, das weiß man nicht. Da kommt dann ein extra Tipp zu. Jamie Lewis spielt gegen Michael Barnard oder Josie D'Souza. So, das waren die Tippspiele. Das sind die Tipps für die Darts WM, zweiter Tag, Nachmittags-Session. So, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Ciao.